Herzlich willkommen bei HIKKA fragt nach. Mein heutiger Studiogast ist Johann Tschulig. Herr Tschulig war Militärkommandant von Niederösterreich, ist im Sommer des Vorjahres in den Ruhestand versetzt worden und ist auch Konsul des Roten Kreuzes Niederösterreich. Herzlich willkommen. Das ist gut. Herr Tschulig, natürlich beschäftigt uns die Frage Wehrpflicht und wer wäre da besser geeignet, darüber ein bisschen Auskunft zu geben als Sie, weil Sie ja beide Seiten das betrifft, vereinen, in einer Person, Sie waren Militärkommandant und sind jetzt auch Konsul des Roten Kreuzes. Sie haben Einblick in beide Bereiche, sowohl Präsenz als auch Zivildienst. Wenn wir am 21. Jänner abstimmen, eine Entscheidung, die so schwerwiegend ist, was würden Sie sagen, sind die Auswirkungen auf das Land in Niederösterreich? Also zunächst einmal ist es ganz einfach zu beantworten, wenn man bedenkt, dass das österreichische Bundesrat seit mehr als 56 Jahren mit einem ideal geformten Misssystem, bestehend aus GrundwärterInnen, aus der Wehrpflicht, aus Berufssoldaten und Milizsoldaten, alle Inlandsaufgaben und Auslandsmissionen optimal erfüllt hat. Und zwar immer zum Nutzen der Bevölkerung, aber vor allem auch zum Nutzen der internationalen Gemeinschaft und vor allem zur Reputation der Republik Österreich. Und wenn man ein System 56 Jahre in bewährter Form vorgefunden hat, mit dem die Bevölkerung zu Rande gekommen ist, wo die Bevölkerung mit allen Aufgabenerfüllungen zufrieden war, so ein System tausche ich nicht gegen ein neues System, das von Haus aus Lücken und Dücken hat. Glauben Sie, also die Bevölkerung beschäftigt zwei Fragen hauptsächlich. Das eine ist der Katastrophenschutz, würde ich einmal sagen. Gerade in Niederösterreich, wir denken zurück 2002, das Hochwasser. Sie waren damals an der Front tätig, um das sozusagen 2006 Schneeeinsatz, Schneemassen wurden beseitigt. Und die zweite Frage ist auch die Frage des Zivildienstes. Nämlich Rotes Kreuz lebt, wie wir wissen, von Zivildienern, Rettungsorganisationen. Glauben Sie, dass das System, wie es angedacht ist, wenn es sich verändern sollte, diese Aufgaben überhaupt leisten kann? Ja, wenn Sie jetzt meinen, das Berufsherr in der vorliegenden Vorschlagsform des Bundesministers, dann ganz sicher nicht. Denn Sie dürfen nicht vergessen, dass das österreichische Bundesheer sich immer dadurch ausgezeichnet hat, dass es den Gleichzeitigkeitsbedarf gedeckt hat. Das heißt Aufgabenerfüllungen an der Grenze, Schutz von Infrastrukturen, Schutz von Objekten. Auf der einen Seite die Luftraumüberwachung gemäß Neutralitätsverpflichtung und dann noch der Katastropheneinsatz. Und wenn man das jetzt umlegt auf das Jahr 2002, und das ist wirklich eine Messlatte, an der man alles orientieren sollte, dann haben wir damals 13.700 Soldaten im Einsatz gehabt, für die Dauer von insgesamt zwölf Wochen. Und von diesen 13.700 Soldaten waren mindestens 10.000 Grundverdiener. Lassen Sie mich vielleicht noch ein zweites sagen zur immer wieder apostrophierten und geforderten Professionalität. Wir haben Professionalität. Denn wer sollte ein besserer Professionist sein, als ein Spengler, als ein Dreher, als ein Tischler, als ein Zimmerer, der als Grundverdiener bei den Pionieren einrückt. Das kann ein durchaus sechs Jahre oder neun Jahre dienender Soldat nie so lernen, wie einer, der von Haus aus diesem Beruf mitbringt. Und die jetzt vor kurzem gezeigten Werbeaussendungen wie, ja das kann nur der Berufssoldat. Ich sehe da Hubschrauber fliegen, ich sehe da Pioniersoldaten. Mit dieser Werbung, die jetzt gemacht wurde, die jetzt als die Werbung für das Profi hergemacht wurde, hat man aus meiner Sicht die beste Werbung für die Wehrpflicht getan. Denn mit dem Hubschrauber sind noch bisher Berufssoldaten geflogen. Mit den Hubschraubern sind schon immer auch Frauen geflogen. Bei den Pionieren waren immer Profis, sei es Berufssoldaten oder Grundverdiener oder auch Milizsoldaten. Und wenn man dann einen Koch zeigt, der hier in der Küche arbeitet, auch das waren Berufssoldaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Milizsoldaten. Also was ist da eine Werbung für das Berufsherr zu sehen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, 13.000 Leute waren 2002 in Österreich im Einsatz beim Hochwasser. Das ist ja mehr als das zukünftige Berufsherr überhaupt am Anschlag verfügt. Ja nicht nur, wenn Sie jetzt bedenken, dass diese 13.700 von mir erwähnten Soldaten noch ergänzt waren, durch 2.500 Soldaten, die im Rahmen der Luftraumsicherung im Einsatz waren. Wenn Sie bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt an die 2.500 Soldaten an der Grenze waren, wiederum davon gute 80% Grundverdiener. Und wenn Sie jetzt noch bedenken, dass wir 1.500 Soldaten im Ausland hatten, so kommen wir jetzt zumindest auf 23.000, 24.000 Soldaten. Das ist die Hälfte, was jetzt geplant ist. Das ist genau der Punkt, den Sie hier anschneiden. Das könnte uns also passieren, dass wir, wenn wir so einen Einsatz wieder haben, einfach mit zu wenig Menschen dastehen. Na, hundertprozentig stehen wir mit zu wenig Menschen da. Ich darf es Ihnen kurz erklären. Wenn von 15.000 Soldaten, also jetzt ohne Milizsoldaten, die hier im Berufsherr vorgesehen sind, 2.500 bei der Luftraumsicherung sind, 2.500 für diverse andere Aufgaben vorhanden sind, bleiben noch 10.000 Soldaten über und diese 10.000 Soldaten muss man wieder unterteilen in Schulorganisationen, Administrationen, Kommanden. Dann bleiben vielleicht 5.500 Soldaten über. Diese 5.500 sind fast ein bisschen mehr als ein Drittel der erwähnten 13.700. Wie würden Sie sagen, Sie haben ja den Einblick auch ins Rote Kreuz, um darauf zurückzukommen, ist die Stimmung, wie ist dort zurzeit, gibt es da Befürchtungen, dass ohne Zivildienstleistende dort auch nichts mehr weitergehen könnte? Also ich kann dazu nur sagen, auch der Zivildienst, oft in den Beginnzeiten verschmäht, als ein Dienst, der nicht so ideal gesehen wurde wie der Wehrdienst. Dieser Dienst hat sich heute zu einem wichtigen Eckpfeiler einer gut funktionierenden Rotkreuz und ab der Samariterbund-Organisation entwickelt. Der Zivildiener ist heute eine wesentliche Säule aus zwei Gründen. Auf der einen Seite steht er für neun Monaten, circa sieben Monaten, diesen Organisationen zur Verfügung. Und was ganz wichtig ist, dasselbe gilt auch für den Wehrdiener, der Zivildiener ist eine wesentliche Werbegrundlage für die Organisationen. Denn nicht wenige bleiben nach einer schönen Ausbildung, nach einer intensiven Ausbildung, nach einer interessanten Ausbildung, nach bestimmten Erlebnissen, bleiben nicht ungern dann beim Roten Kreuz oder beim Arbeiter-Samariterbund für längere Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.